Hi! In diesem Video zeige ich euch, wie Objekte im Netzwerk spawnt und wie Ownership funktioniert. Bevor wir in den Code einsteigen, bereiten wir die Szene aber vor. Ich habe hier ein Sprite vorbereitet. Das ist das Objekt, das wir dann spawnen werden. Und dann haben wir hier Phishnet habe ich installiert. Aus dem Sprite machen wir ein Prefab. Ich füge hier noch ein Collider hinzu, ein Polygon Collider 2D. Wie wir sehen, wird das Mesh hier automatisch erstellt für uns. Und als nächstes erstellen wir ein neues Skript, das ich Item nenne. Und als letztes fügen wir hier das Netzwerk Transform hinzu von Phishnet. Damit wird das Item, also die Transform-Komponente dieses Items automatisch im Netzwerk synchronisiert, ohne dass wir hier noch viel zusätzlich schreiben müssen oder so. Das passiert jetzt alles vollautomatisch. Wir können hier noch die Rotation und das Skalierung deaktivieren, weil wir das nicht brauchen, sondern nur die Position. Und ansonsten passiert die Bewegung kleinseitig und nicht serverseitig. Also wir lassen hier die Komponente im Standard und speichern uns das als Prefab ab. Das benenne ich kurz um. Und bevor ich es vergesse, hier erstellen wir noch den Tag Item und weisen es dem Item Prefab zu. Apply all. So. Und als nächstes erstellen wir das Player Prefab mit dem Player Script, das wir neu erstellen. Und das war's zu diesem Prefab. Das speichern wir hier ab. So viel zu den Prefabs, die wir erstellen müssen. Ich gehe hier mal in Phishnet. Plugins, gar nicht wahr. Example, Prefabs und hole mir das Network Manager Prefab von Phishnet. Prefab Unpack, damit das bei einem Update nicht kaputt geht. Und im Standard hat man hier Player Spawner, das Skript. Und hier ziehen wir unser Player Prefab rein, das wir gerade eben erstellt haben. Okay, das können wir scheinbar noch nicht machen. Das liegt daran, dass wir am Player Prefab vergessen haben, Network Object noch hinzuzufügen. Und jetzt müssen wir das reinziehen können. Genau. Als letztes fehlt hier noch zwei Scripts, die wir noch machen, anlegen, meine ich. Und zwar haben wir einmal das Gameplay Manager Script. Und das Input Manager Script. Genau. Mit diesen vier Skripts starten wir jetzt. Vielleicht angefangen wir mal beim Player. Das ist das kürzeste. So. Ich benutze hier den OnStart Server Callback, denn für jeden Client wird der automatische Player Prefab gespawnt und damit auch ein Objekt dieser Player Klasse. Und wenn das Objekt dann zum ersten Mal auf dem Server sichtbar ist, das Server das Player Objekt initialisiert, dann soll der Player in einer Liste gespeichert werden. Und die Liste ist halt beim Gameplay Manager und den gucken wir uns jetzt an. So. Hier fangen wir bei 0 an. Der Gameplay Manager ist auch ein Network Behavior. Using Fishnet Object. Zuerst also diese Liste mit den ganzen Playern. Ähm. Ähm. Synclist. Dafür brauchen wir ja Fisnet Object Synclist. Äh Synclonizing. So. Und das Ganze ist an, so. Hiermit wird das Ganze dann synchronisiert. Also wenn ihr ein Objekt habt oder hier diese Synclist, dann braucht ihr Sync Object, ansonsten könnt ihr auch Sync wahrnehmen. Genau. Und dann haben wir vorher vielleicht noch Public Gameplay Instance, um hier das Singleton Pattern zu verwenden. Und die Instanz holen wir bei, ähm. Holen wir uns bei Awake. Also Awake Instance gleich bis. So. Na. Und wofür die Playerliste gebraucht wird, zeige ich euch jetzt. Und zwar schreiben wir hier Private in der Update Funktion. Ähm. Schauen wir, ob mindestens zwei Spieler im Spiel sind, also gejoint sind. Und wenn dies so ist, dann soll dann eben dieses Item gespawnt werden. Also mindestens zwei Spieler drin, dann spawne Item. Item spawnen soll nur der Server können. Deswegen haben wir hier noch das Server Attribut. Ja. Und dann versuchen wir hier mal was zu spawnen. Also GameObjectItem ist gleich. Instantiate. Hallo. Dann brauchen wir ein Item. Ich mach mal TestItem. Das übergeben wir gleich über den, ähm, im Inspector. So. Und. Nö. Das war's. Ähm. Damit jetzt aber nicht unendlich oft gespawnt wird, schreiben wir hier noch bool. CanSpawn. Und fragen das ab. Und nachdem das erste Mal gespawnt wurde, setzen wir CanSpawn auf. False. Also haben wir jetzt noch was übersehen. Ähm. Ah ja. Static Gameplay Manager soll das natürlich heißen. Oh. Und äh. Äh. Hier muss natürlich größer gleich stehen. Das heißt natürlich, aber ich möchte es ja ab 2 haben. Ab 2 Spielern soll er spawnen. Genau. Zurück in der Szene müssen wir dem, ähm, Gameplay Manager nur noch das Prefab zuweisen. Das Item. Hier. Speichern die Szene. Und dann erstelle ich mal ein Bild. So. Das ist gestartet. Dann starte ich hier den Server. Und den Client. Und hier nur den Client. Und jetzt sehen wir hier, der hat das Item gespawnt, aber das ist deaktiviert. Und wenn wir das Ganze andersrum machen, also... Hier den Server starten. Und... Ähm, Moment. Und den Client. Und hier dann auch noch hinzukommen. Dann hat, sehen wir, der Client, bei dem Client haben wir kein Item. Für den wurde das scheinbar nicht gespawnt. Und ja. Das heißt, so funktioniert das noch nicht. Denn was wir jetzt brauchen, ist noch eine weitere Zeile Code. Immer wenn wir ein Objekt im Netzwerk spawnen, müssen wir Server Manager Spawn aufrufen. Und dem übergeben wir hier noch das Item. Das Objekt, das wir spawnen wollen. Und wenn man das Ganze dann speichert, ich habe hier mal ein neues Bild erstellt. Und dann probieren wir das Ganze nochmal aus. Server, Client. Hier ist nur ein Player dazu gekommen. Unser Player Prefab hier mit dem Player Script, aber noch kein Item. Und wenn wir hier dann hinzukommen, sehen wir, bei beiden wird das Item gespawnt erfolgreich. Das scheint also soweit zu funktionieren. Im zweiten Teil dieses Videos erkläre ich euch ein wenig, wie Ownership funktioniert. Dafür gehen wir hier wieder in den Code. Und schauen uns das mal an. Und zwar können Objekte im Netzwerk einen Besitzer haben, also einen Owner. Und dieser Besitzer kann nur ein Client sein. Ein Server kann zum Beispiel nicht Besitzer eines Objekts sein. Aber Objekte können auch keinen Besitzer haben. Objekte können aber auch nie zwei Besitzer haben. Ihr könnt, wenn ihr einen Besitzer festlegt und den dann ändert, dann wird der alte überschrieben. Als nächstes wäre dann noch die Frage, wie man einem Objekt einen Besitzer zuweisen kann, also den Owner. Das kann man auf zwei verschiedene Arten machen. Und zwar können wir das beim Spawn machen. Wenn wir Server Manager Spawn aufrufen, haben wir den ersten Parameter, das Objekt. Und dann aber können wir hier noch den Besitzer zuweisen. Dafür benötigen wir die Network Connection. Die kriegen wir zum Beispiel über Players. Owner. Hier sehen wir dann, Owner gibt eben eine Network Connection zurück. Die Network Connection des Besitzers. Eine weitere Möglichkeit, den Besitzer eines Objekts zu ändern, ist, indem man auf dem Objekt an sich direkt die GiveOwnership-Methode aufruft. Ich zeige das jetzt mal hier an dem Beispiel von einem Item. Wir haben also Item, GetComponent. Und dann würden wir hier eben GiveOwnership aufrufen. Und einen Besitzer dann übergeben, in dem Fall der erste Spieler. Noch gibt er uns hier ein Error, weil Item noch kein Netzwerk Objekt ist. Aber wenn wir das hier mal anpassen und ändern zu Network Behavior, dann sollte der verschwinden. So könnte man das dann auch tun. Ich habe hier das Item und gebe diesem Netzwerk Objekt einen Besitzer. oder entferne den Besitzer. Ich kommentiere die beiden Zeilen jetzt erstmal aus. Die brauchen wir später erst. Und um das Ganze jetzt auch richtig testen zu können, möchte ich, dass Spieler die Besitzer eines Items sind, das Item dann auch bewegen können. Dafür hole ich mir den Input Manager aus dem Drag & Drop Tutorial vom letzten Mal zur Hand. Also gehe ich hier ins Input Manager Skript und füge das mal hier alles ein. Das ist wie gesagt aus dem alten Tutorial. Und ja, hier ändere ich mal ein paar Sachen. Und zwar als allererstes brauchen wir DragSpeed nicht. Und Transform zu Drag benenne ich mal um in CurrentDraggedItem. Und statt Transform speichere ich hier die Referenz zum Item direkt. Hier oben in der Update Funktion, wenn ein Objekt mit dem Tag Item geklickt wurde, also der Drag beginnt, dann holen wir uns die Referenz zu dem Item. Und hier ist es noch zu dem Transform. Da machen wir GetComponentItem draus. Und hier unten, hier in dem Bereich, das brauchen wir hier erstmal nicht. Wenn losgelassen wurde, dann soll die Referenz wieder auf 0 gesetzt werden, die Referenz entfernt werden zu dem Item. Und solange eben das Item nicht 0 ist, das ist der entscheidende Teil, wird die Position gesetzt. Und die Zeile ändere ich aber um, die schreiben wir anders. Und zwar holen wir uns das Item, also CurrentDraggedItem und geben der noch die Funktion Move. Und hier übergeben wir dann die Position, GetInputInWorldSpace plus den DragOffset. So, Move müssen wir noch erstellen. Da gehen wir in Item, PublicVoidMove, Quatsch. Und der braucht einen Vektor 3Position. Und wenn die Funktion aufgerufen wird, dann soll eben die Position des Transforms auf die neue Position gesetzt werden. Ja. Ah, und bevor wir es vergessen, das soll ja nur ein Client ausführen können und nur Clients, die auch Besitzer des Items sind. Also setzen wir hier noch Require Ownership auf True. Speichern das Ganze mal ab. Schauen, ob hier noch irgendwelche Fehler auftreten. Und wenn wir jetzt ein Bild erstellen, ich habe jetzt mal 3 mal das Spiel gestartet, dann starte ich hier den Server und 2 mal den Client. Das Item wird gespawnt und wir sehen hier beim ersten Client kann ich den bewegen und das wird auch synchronisiert. Und der zweite Client kann das aber nicht, weil er eben nicht Besitzer dieses Items ist. Ja. Das scheint alles soweit zu funktionieren. Und wenn wir jetzt aber ein Objekt haben wollen, das eben alle Spieler benutzen können oder bewegen können, ein Item zum Beispiel. Dann müssen wir dem Item vorübergehend einen Besitzer geben und das machen wir ja eben mit diesem Give Ownership. Dazu schreibe ich hier die Methode getItemOwnership. Die Methode soll nur vom Server aufgerufen werden können. Also schreiben wir das hier Server als Attribut und dann schreiben wir hier noch zwei Parameter Item und die Network Connection New Owner. Hierfür müssen wir Fishnet Connection importieren und wenn das Item nicht bereits dem New Owner gehört, dann soll eben auf dem Item Give Ownership aufgerufen werden und der neue Besitzer im Parameter dann übergeben werden. So und die Methode soll dann der Client über ein Server-APC aufgerufen können. Das tut er dann über den Player. Aber vorher muss der Client wissen, welches Player Objekt, also welche Instanz des Players überhaupt ihm gehört. Das machen wir mit Public Static Player Instance und auf OnStartClient, also wenn der Player das erste Mal für den Client sichtbar ist. Und wenn der Client gehört, also wenn es nicht der Besitzer ist, dann return, ansonsten instance gleich bis. So, damit der Client auch hier die Methode im Gameplay Manager, die Change Item Ownership Methode aufrufen kann, die ja nur der Server kann, benötigen wir einen Server-APC. Hier steht im Tag. Und der hat aber Require Ownership gleich True. Also nur das Player Objekt, das dem jeweiligen Client gehört, kann den Server-APC ausführen und den Server-APC nenne ich dann einfach Public Void Get Item Ownership. Hier übergeben wir nur das Item im Parameter. Und in der Funktion wird dann einfach nur Gameplay Manager Instance Change Item Ownership aufgerufen, das Item übergeben und der Besitzer des Players. Und als allerletztes rufen wir dann hier, wenn wir das Item geholt haben auf den Klick der Client, ruft er dann eben Player Instance Get Item Ownership Current Direct Item und das war's. Das Ganze testen wir jetzt einfach mal. Ich habe also ein neues Bild erstellt, starte hier den Server. Ich habe insgesamt dreimal gestartet, zweimal den Client. Das wird gestartet, gespawnt wird das Item. Ich kann das hier bewegen, aber ich kann das jetzt auch hier bewegen. Das heißt, das Ownership funktioniert. Ich kann den Besitz ändern. Und so könnt ihr also Objekte im Netzwerk haben, die von mehreren Spielern dann benutzt werden können. Zum Beispiel, wenn dann ein Spieler irgendwie ein Geschütz bedienen will, dann ist das Geschütz an sich, hat das erstmal keinen Besitzer. Und wenn ein Spieler dann das Geschütz bemannt, dann ist er eben vorübergehend Besitzer des Geschützes und kann das dann eben bedienen. Ja, soviel zum Thema Spawn im Netzwerk und wie Ownership funktioniert. Im nächsten Video werden wir dann sehen, wie wir das Ganze auch noch rundenbasiert hinkriegen. Also, dass unterschiedliche Player nacheinander dran sind. Momentan haben wir da noch gar keine Logik drin. Und wenn wir das dann alles gepackt haben, dann sieht das Ganze schon anders aus. Dann kommen wir dem Ziel, ein Spiel irgendwie zu programmieren, ein wenig näher. Ja, und wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.